Ja, ja, ist gut, ist gut. Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, und zwar bei Lords of the Fallen. Wir haben ja im letzten Video den Vernichter besiegt und haben erfahren, dass Antanas eigentlich der Unheilsbringer ist. Und sind jetzt hier gelandet, und hier ist ein Portal, und da werden wir mal reingucken. Oh, ich hoffe, das wird nicht so frostig wie das Letzte. Okay, das ist wieder so eine Kampfarena. Ja, können wir jetzt hier nochmal fix voll machen. Achso, ja, wenn eh Erfahrung zurückgesetzt ist, schießen wir das mal alles hier rein. So, okay. Na, der Mantau. Macht euch bereit. Ach, da kommt bestimmt so eine Zauber... Ja, natürlich. Ach, ich wusste es. Ich wusste es. Ach nee, das sah aus wie so ein... Das wird nicht einfach, das wird nicht einfach... Ja, ja, ist gut, ist gut. Oh. Die haben ganz schön den Foot hinter ihr, die... Die... Die Bogenschützen. So, lassen wir gleich mal hinrennen hier. Na, komm her. Ah. Ich muss mich nochmal ein bisschen ausweichen. Nee, ich will den da genau. Ah, 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 ah. Was war das? Ah, man, sind wir das richtig ausweichen, kannst du hier gar nicht mehr. So, ich muss erst mal einen von denen hier langen. Oh, ich brenne wieder. Oh, das ist... Also, das... Oh, das ist schon wieder eine Riesenscheiße hier. Weg da. Der nervt. So, gut. Den haben wir schon mal... Schon mal am Anfang. Ah, kommt schon wieder in den nächsten Pfeil geflogen. Ja. Ja. Ja, ist klar, komm. Ist klar. Trinken. Ja, also... Da, ich kann nicht zuhauen. Das geht nicht. Nicht mit dem... Mit dem Ding. Das kannst du vergessen. Ja. Ausdauer komplett weg. Und dann kommt schon wieder in den nächsten Pfeil geflogen. Und dann hast du schon wieder verkackt hier. Das ist natürlich auch nicht gerade toll, dass die da die ganze Zeit zusammenstehen. Ich muss den wegkriegen. Ich muss den wegkriegen. So, schön in Bewegung bleiben. Nicht zu fassen. Falscher Zeitpunkt. So, den haben wir. Jetzt ist in Anführungsstrichen nur noch der. Dann habe ich zumindest mal die erste Bälle geschafft hier. Ja, bereit für die nächste Runde. Eigentlich nicht. Vier mal Heilung. Nee, geht hier echt nicht. Nee. Na gut, mal gucken. So, was kommt da, da kommt so einer, so einer, so einer. Okay, das ist noch. Relativ human hier. So, den haben wir. Jawolli. So, komm her. Da rollt der weg. Komm on. Ich bin noch ausgewichen. Ich finde es ein bisschen ungünstig, dass man die Leute immer direkt angucken muss, um die hier einzulocken. Aber gut. Okay. So, ich mach mal den im Verkauf hier. Ja. Ja. Ist klar. So weit, äh, reicht jetzt zwar seine, seine scheiß Axt da nicht, aber gut. So, noch ne Runde. Wo ist denn hier der Speicherpunkt da? Würde mich hier gerne nochmal auffüllen. Hm, das geht natürlich nicht. Sehr gut. Das geht natürlich nicht. Fantastisch. Oh, und dann noch Sonntüpie. Das ist doch nicht zu Glauben. Oh, dieser Feuerdingsbums da, der ist richtig übel. So, den hier, den kriegen wir gut mit dem Magiehandschuh weg. Das ist schon mal sehr schön. Ja. Ja, na klar. Was sonst. Na, natürlich. Ja, 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 ja. Ist auch gut, den Hammer. So, aber hier mit Feuer zu arbeiten, ist vielleicht auch nicht gerade sinnvoll. Daneben? So, weil ich das jetzt so durchziehen kann, dann wird's relativ einfach. Wow, wow, wow. Das war Glück. Sehr schön. Wir sind würdig. Wir sind würdig. Ja, dann nimm's doch. Hä? Hallo? So, Zier-Axt. Was haben wir hier noch? Zauber-Punkt-Splitter und noch Attributs-Punkt-Splitter. Sehr schön. Puh. Okay. Ja, lässt mich raus. Okay, sehr schön. Was natürlich nicht so schön ist, ist, dass wir über so einen, äh, äh, einen Heiltränk haben, aber... Mal gucken, was jetzt hier auf uns wartet. So, die Überflut waren wir hier schon? Na klar, waren wir hier schon. Oh nein. Verlorener Bruder, Feuer, aha, so, also ist bei dem Feuer nicht so gut, weil es mit dem, der hat einen Blitz. Ah, ich hab... Jawohl. Oh, ich hab's mit einem anderen jetzt angekündigt. Oh, ich hab's mit einem anderen jetzt angekündigt. Oh, ich hab's mit einem anderenPlot. Ach. Dumm. jawolli hat getroffen auch nicht schlecht und da ist auch schon wieder der andere jeder kann auch so schießen und zauber bringt bei dem einfach mal nicht so also ich werde diesen kampf wohl nicht gewinnen können ach komm mit ist das ich gerade wieder he 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 ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, okay Wow, wow, wow 89 Oh ja, so Okay Aber auch coole Aktion hier gerade Ja Ja Tja, einfach mal zuhauen wäre ja nicht schlecht, oder? Ich drücke die ganze Zeit und der macht nichts Oh, wie lange brenne ich denn? Soll ich jetzt die ganze Zeit Äh, hallo? Schon wieder Mission Impossible, yeah Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay Ich mach bei denen, ähm, im Prinzip gar keinen Schaden, ja Und die staggern mich hier bei jedem Kratzer Ja, zuhauen ist auch nicht drin Jetzt wieder Beidou? Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay So, bei denen brauche ich meinen Kamarstab aber nicht einsetzen hier Der hat ja Feuerschaden, hauptsächlich Nein So, gut, ist der andere auch wieder da Okay 16 Die müssen wir nutzen hier, die, die Pfeile Ja, wenn man mal treffen würde, ne Daneben Ach, das wird ein langer Kampf Okay Back hier So Who wants to go? See, mit dem Ja Okay 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 Daneben Und Schaden genommen Ach, nee, was mache ich denn? Mist Atmen super nett wenn sich der andere mal verpildet da kannst du nicht ausweichen das macht viel zu wenig Schaden viel zu wenig Schaden jawohl 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 2 1 2 3 5 Ach, ich stand natürlich genau bei ihm. Ach, das ist los. Ja. Da kannst du doch nix machen, ey. 88. 88. Das ist doch mischt. Wenn die nicht einmal getroffen haben, da ist das Ende hier. Okay, der ist oben, da ist der andere. Das ist ein Mürbind. Ja. Das war's für heute. 88 Ich nehme mal ganz stark an Backsteppen, wenn ich nicht kann Ich wollte gerade rollen Mit Schild oben Wobei mir der Blitz-Blitz-Type hier mehr Probleme macht als der andere Daneben, naja Nein, weg Ja Ja, na klar Ah ja, und jetzt der noch Ja Ja Wenn mich hier gerade Frage ist, wie lange sollen der Kampf noch kommen Verpisselt sich? Ach Scheiße Ja Den Blitz-Typen hier, den habe ich im Prinzip noch nichts abgezogen Ja, das ist ja gar nichts Die anderen habe ich ja wechseln schon bis zur Hälfte runter, aber Na ja, das wird auch wieder nichts hier Ja, jawolli Ich wollte gerade rollen Ja Ah Das könnte ich schon wieder aufreden hier Gut, der verpisst sich Ich stehe jetzt bestimmt direkt unter dem anderen Ja, na klar Ach komm, mach mich platt hier Das war da hier kein Sinn Okay Gut Dann würde ich sagen, versuchen wir es im nächsten Video weiter Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal